Von der Firma Asula habe ich ein Zigbee Smart Hub bekommen, welches mit den gängigen Smart Home Systemen kompatibel ist. Im Lieferumfang ist erstmal natürlich der Smart Hub. Unter diesen Icons, die du hier siehst, verstecken sich dann halt LEDs und diese zeigen dann halt den aktuellen Status an. Betrieben wird dieses über ein 5 Volt und 2 Ampere Netzteil und hat noch einen Anschluss für ein LAN-Kabel. Es verfügt also nicht über WLAN. Auf der Rückseite findest du zwei QR-Codes für einmal Meta und einmal eine Geräte-ID und eine Aufnahme für eine Schraube, um das Gerät dann halt an der Wand zu montieren. Das mitgelieferte Netzteil musst du noch kurz zusammenbauen. Eigentlich macht es so den Einschein, als ob das universal ist, jedoch ist nur der amerikanische Stecker dabei. Das heißt, du musst dir noch einen Adapter besorgen, um auf das deutsche Netz zu wechseln. Hier hast du eine breite Nase und dort eine breite Öffnung. Das muss übereinstimmen und dann kannst du das halt reindrehen. Das klickt dann so ein bisschen, das hört man nicht ganz. Und dann ist es korrekt eingerastet. Ich habe mir hier einfach mal bei Ebay halt einen passenden Adapter besorgt. Den kann ich dann halt da draufstecken. Und schon kann ich das halt auch hier in Deutschland verwenden. Packen wir nun das Kabel komplett aus, schließen da seine Steckdose an und stecken dieses einmal in den Smart Hub. Das mitgelieferte Netzkabel, also das R45 Kabel, kann ich nicht verwenden, weil das ist deutlich zu groß. Ich brauche hier ein längeres zu meiner Fritzbox und schließe jetzt nun einmal auch das LAN-Kabel an. Nach ein paar Sekunden ist das Gerät auch angemeldet. Ich habe das im Vorfeld bereits schon mal eingerichtet, aber wie das gemacht wird, zeige ich dir jetzt im Detail. Im Beipackzettel von dem Gerät ist ein QR-Code, diesen habe ich bereits gescannt und lande jetzt bei Google Play und kann mir die App Asula Smart herunterladen. Im ersten Schritt müssen wir jedoch ein Konto einrichten. Hier benötigen wir zunächst eine E-Mail-Adresse. Das muss eine valide Adresse sein, weil da bekommst du gleich einen Verifizierungscode hingeschickt. Und wir müssen ein Passwort eingeben und anschließend den Code, welchen wir per E-Mail erhalten haben. Nun noch die Checkbox markieren und die Taste Halt klicken. Dann können wir uns auch schon anmelden und nach einem Gateway suchen. Das geht ganz schnell. Und wenn der Gateway gefunden wurde, müssen wir die mittlere runde Taste klicken, dann ist das Gerät auch automatisch hinzugefügt. Nur so alleine nützt natürlich der Gateway nichts. Ich möchte jetzt noch einen Smart Switch einrichten. Dieser hier hat zwei Kontakte für die Stromversorgung und drei Kontakte für Verbraucher. Und oben kann ich dann halt noch einen Taster anschließen und dieser halt ist nicht belegt. Ansonsten finden wir noch die Reset-Taste und eine LED, welche halt aufleuchtet, wenn der smarte Schalter mit Strom versorgt ist. Also die LED leuchtet jetzt nicht, wenn das Relais aktiv oder nicht aktiv ist. Zum Einrichten des smarten Schalters müssen wir diesen natürlich erstmal mit Strom versorgen. Ich habe hier ein dreiartiges Kabel mit einem Schokostecker. In L stecke ich das braune Kabel ein. In N das blaue. N steht halt für Neutralleiter. Das grün-gelbe Kabel hier, das habe ich auf eine Wago-Klemme gelegt, weil das brauche ich erstmal nicht. Ich verwende hier einen Schokostecker, wie erwähnt. Weil wir mit Wechselstrom arbeiten, ist es erstmal egal, wie rum dieser gesteckt wird. Bei der Installation solltest du natürlich auf die korrekte Polung achten. Der Stecker ist jetzt drin und wie du siehst, leuchtet die LED auf. Kehren wir jetzt nun in die App zurück und suchen nach einem neuen Gerät. Das geht auch wieder ganz schnell. Und wenn du das das erste Mal machst, dann klickt so das Relais mehrfach hintereinander. In meinem Fall war es jetzt nicht so, weil ich habe dieses Jahr bereits schon einmal eingerichtet gehabt. Und jetzt kann ich ganz einfach, wenn ich auf das Icon klicke, das Relais aktivieren bzw. deaktivieren. Und wenn ich länger auf dieses Icon drücke, dann gelange ich zu einer Ansicht, wo ich mir halt auch den momentanen Stromverbrauch anzeigen lasse. Dieser ist gerade null, weil ich habe keinen Verbraucher dran. Und jetzt möchte ich diese Lampe anschließen. Dieser hat nur zwei Kabel, weil es fehlt das Metall in der Gehäuse, wo wir halt quasi den PE anschließen würden. Ich habe den Stecker aus der Steckdose entnommen. Das siehst du auch daran, dass halt die LED aus ist. Und trenne jetzt nun die Verbindung von meinem Neutralleiter zum smarten Schalter. Weil ich brauche ja für meine Lampe auch einmal den Neutralleiter. Ich habe hier wieder eine Vagoklemme. Und in diese stecke ich jetzt nun den Neutralleiter von meiner Zuleitung. Und nehme mir ein kleines starres Kupferkabel. Und klemme dieses jetzt nun an meinen smarten Schalter an. Und an den letzten freien Platz, da schließe ich jetzt nun meine Lampe an. Also den Neutralleiter von meiner Lampe. Wenn auch das geschehen ist, dann schließe ich noch den braunen Leiter von meiner Lampe an den Kontakt L1 an. Und kann nun meine Lampe halt über die App Asula Smart steuern. Stecken wir jetzt also nun den Stecker wieder in die Steckdose. Unsere kleine LED leuchtet auf. Signalisiert halt, dass Strom drauf ist. Hier zu sehen. Und kehren einmal in die App wieder zurück. In der App selber müssen wir jetzt nichts ändern. Wir brauchen halt nur auf unser Alcon wieder draufklicken. Und unsere Lampe leuchtet auf. Wir können das halt beliebig auf wiederholen. Und wenn wir jetzt lange drauf tippen, dann sehen wir auch, dass unsere Lampe gerade 6 Watt verbraucht. Naja, das ist halt eine LED Leuchte, die verbrauchen nicht viel. Und wir können sie halt auch beliebig ausschalten. Damit möchte ich jetzt dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich dir den Zigbee Door Window Sensor von Asula vorstelle.